bin ich schon auf sendung ich wünsche euch einen schönen guten tag sorry für die komische szene da mit den vielen durchstellen wo noch ein bisschen was drin ist ja ich habe jetzt gerade ein wenig die verordnungen durchgelesen ich möchte ehrlich etwas dazu sagen das gefällt mir überhaupt nicht was hier der herr bürgermeister hier macht was ist bitte eine 2,5 g verordnung was ist bitte eine 2,5 g verordnung herr bürgermeister erklären sie es uns bitte das soll man bitte einmal erklären was ist das heißt das für mich als mensch ich soll mit dem halben fuß hinein in die gastronomie um einen anderen fuß mehr auszuscheren ich weiß nicht was stellen sie sich vor herr bürgermeister können sie mir das noch beantworten ich würde mir wirklich von ihnen wünschen dass sie rückgrat haben und hier mir noch sagen was sie unter einer 2,5 g regel vorstellen da bleibt man jetzt noch selbst der hustentropfen noch im hals stecken wenn ich das schon lese erklären sie es mir oder wollen sie es nicht erklären es ist wie gesagt sehr sehr traurig dass man hier mit ersten oktober so einen topfen beschließt nicht einmal ein nicht einmal ein zehnjähriges kind wieder das verstehen was sie hier meinen es ist wie gesagt sehr sehr traurig da bleibt wirklich jetzt echt einen schon die spucke weg 2,5 g regel leute da wundert mich ehrlich gesagt überhaupt nichts mehr wenn die menschen nur noch verwirrt herumrennen und dann sagen ich kenne mich da nicht aus und noch einmal der herr bürgermeister soll mir das bitte einmal erklären warum man jetzt zu so einer sinnlosen maßnahme gekommen ist 2,5 g regel lieber herr bürgermeister ein guten rat von mir selber ich kenne ja sie schon persönlich und ich würde ihnen nur empfehlen bleiben sie bei der 1 g regel oder bei der 2 g regel oder bei der 3 g regel aber lassen sie das komma fünf bitte weg da kennt sich wirklich niemand aus und ich würde ihnen wirklich mal das buch empfehlen was zu sagen ist weil ich glaube da kommen sie auf bessere gedanken selbst die nase juckt schon wenn ich diese verordnungen lese und ich frage mich wirklich als mensch persönlich was wollen sie mit den 0,5 bezwecken was wollen sie da bezwecken und ja das war es auch wieder ich wünsche euch wie gesagt egal wenn ihr das video anschaut einen schönen guten morgen einen schönen guten tag einen schönen guten mittag schönen nachmittag oder auch von mir aus gute nacht tschüss Tschüss.